Jo. Mal vorgenommen, morgen im Fly ins Herrenberg. Auf dem Brandkugel oder aufs Herrenleck. Ob das eine gute Idee ist. Oder wahr, weiß ich nicht. Das wird zu spät da rausstehen. Da geht's lang. Durch die Schneise muss ich jetzt da hoch. Und jetzt schauen wir mal, was zu dieser Wettertechnik spielt. Wo der Wind herkommt. So schau ich aus. Ich schwitze wie ein Schwein. Brutal. Boah, Spaß, wie's gemacht. Komplett. Komplett nass. Gut, Brille auf, so hübsch du nicht. Und weiter geht's. Gut, da hin. Gehen wir hinauf. Bis später. Oben angekommen, Brandkugel. Perfekter Wind. Gut. Gehen wir hinauf. Auf und aus. Nicht zu bringen. Gut. 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 Gemsch Glarer. Gut. - grandson CononeOTcm sem COMpen. Spitz wie ein Schmänn. Total. Du hast Spaß gemacht. Total. Komplett. Komplett nass. Gut, Brille ausdrückst du mir auch nicht. Ehrlich gesagt. Und allein kein Schwein oben. Boah, so soll das sein. Windposter. Boah, herrlich. So. Nichts will. Fertig machen und weg. Liegt er da. Und wartet auf den Start. Alles klar. Es bleibt den Streit an sich. Ein paar Daten. Doch ich hab da noch ein paar Fragen. Keine Fragen. Und der Countdown läuft. Da muss ich runter. Effektivität. Bestimmtes Handeln. Ich verlass mich auf. Keinen anderen. Was jetzt zu tun ist. Und das jetzt gleich. Alles klar. So. Vorgestern Krippenstall. Soll es jetzt sein. Gestern war das schönste Wetter. Ein bisschen falsches Timing. Heute bin ich dann auch. Einfach zu Fuß. Und jetzt mach ich mal. Mein Therapieableiter. Nur dass ich das mal wieder aus dem Kopf höre. Weil ich bin noch komplett. Ich weiß noch, ich kann das schlecht erklären. Das wünsche ich auch keinen. Das wünsche ich keinen. Ich bin noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020